Juuu und da sind wir schon wieder Brauni ist am Start ich bin am Start Lauft und wir machen diesmal einen Frontlinienkrieg klein so einen kurzen Snacker nebenbei noch Ja, wir wollen, ob das kurz bleibt Nicht, weil seine Giants wird gleich auch nicht aus dem Maul schauen Ja gut, bleibt bei kurz, weil es dauert nämlich nur noch eine halbe Stunde Hier ist ein bisschen Munition Ich habe 10.000 Punkte instanz Aua Da steht Sirius Sirius Für dich, Position und Kurs Ja, der ist Wolken, der stand auf Cäsar. Ich bin ja schon zwei mehr gestanden. Da merkt man es mal, mehr Trupp-Leader machen das Spiel auch nicht besser. Bitte, was? Mehr Trupp-Leader machen das Spiel auch nicht besser. Warum mehr Trupp-Leader? Weil bei uns auf der Seite sechs oder sieben Trupp-Leader da existieren. Wie ist das? Ja. Ihr müsst das Ziel angreifen! Hier! Kralate! Ah, verdammt! Dreh nicht rein! Ja, weiß ich. Ich stehe... ...so hinter B. Da steht ein Panzer. Gut, das wird ein ganz kurzer Einblick, glaube ich. Die haben uns jetzt schon bis der hintere Zug gedrängt. Hallo, gib mir... Achso, du bist der Team Leader. Ah, Entschuldigung. Ja, das stimmt. An alle Einheiten. Zielberta ist für uns verloren. Was hast du denn so kurze Zeit? Das Spiel macht schon Zeit. Zehn Minuten. Stop my B. Was hast du denn da für Ausfalloptionen? Äh... VH-Riketen und... Äh... 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 Oh, so! Der macht's gleich richtig böse Bump. Ach, ja... Der ist drei Kilometer weit hinten. Ich muss das spawnen, oder? Der ist sicher. Du darfst ja nicht direkt auf den Punkt spawnen. Wäre aber auch recht unfair, wenn du auf den Punkt spawnen dürftest. Wäre aber auch recht unfair, wenn du auf den Punkt spawnen dürftest. Viele markieren musst du aber auch, gell? Ja. Aufpassen, da ist Gefahr! Wir trinken mehr Punkte ab. Äh, für die Sinne. Ich bin der Scheiß-Druckführer. Können wir eigentlich gleich weiter vorstellen. Jo. Kostage markieren eigentlich. Wo war'n der jetzt? Der hat mich von der anderen Seite erschossen. Du willst mich verarschen. Das Krieg hat gar nichts geschissen. Verdammt, ich hab'n was abgekriegt! Jetzt hört ihr wir! Ah, da steht auch noch hinterher. Da hat der Mauer aber noch. Ja, ja. Gehen wir! Hey, 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 hey! Nicht lustig. Gar nichts lustig. Wir machen das nicht unbedingt dumm. Der Steff hat maximal eine Truppe, seitdem was so weit vorne ist. Ja, aber wenn die eine komplette Truppe so lange aufhält, dass die vier Stimmung rauskommt. Attackiert auf vier! Ja, ja, ja! Da lebt denn noch einer im Haus. gerade jemalig verreckt im plus ja du ja richtig das machen wir noch drei leid auf mich los schießen und da tauchen hast du so mitgeschafft warte noch nicht bin nur auf dem weg für und 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 Ja, verdammt. Müsst du hinter der feindlichen Linie warten, oder? Weiß nicht, ob das so schlau ist. Drei oder vier. Kann nur auf D auf jeden Fall. Alter, wir kriegen gar nichts geschissen, wie wir jetzt gesagt haben. Wir haben gerade einmal 1000 Punkte. Ja. Du, ihr 500. Entschuldigung. Aber das Ziel wird Soldaten. Er, und er, und er. warum sprengt der unser eigenes haus die leikammer Ich habe nicht mehr so viele Sniper, wir haben nur 4 Sniper Ich habe nicht mehr so viele Sniper, wir haben auch einfach gekauft Ich habe nur gewartet Das wird nicht mehr so schnell Ich habe auch nicht mehr so viel Soldaten, wir haben den Ziel Anton verloren Soldaten, alle Ziele verletzt werden Verteidig das Ziel dort Jede Ziel muss verteidigt werden. 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 Achtung, werfe Granate! Jede Ziel muss verteidigt werden. Gute Arbeit! Sprengsatz an Ziel Bertha wurde entscharft. Ziel Bertha wurde komplett mit einem Sprengsatz von B. Hinter uns. Das war B. Ja, 80 Jahre einfach. Irgendwie steht da keine Sau hinten. Die kämpfen da irgendwo bei unserem Spawnpunkt herum. Ja gut, wenn die uns schon so weit zurückgeschaut haben. Der Panzer ist eh da. Der Panzer ist eh da. Der Panzer ist eh vier Stürmer. Er kommt nicht über die Wiesen. Der Panzer ist eh vier Stürmer. Und dann wieder zu sagen. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann.